Ich hab Gernies gemacht, Gernies. Ich hab nur eine Bier gefuckt. Halt deine Fresse, so. Where are you from, Black? Germany. Germany, perfekt. Hast du kein Mikrofon oder was? Okay, Jungs, ich möchte volle Konzentration, okay? Wir werden jetzt da reingehen. Leise werden wir das machen. Leise. Digga, die sind voll im Dings. Und wir klauen alles, was da drin ist. Ich möchte volle Konzentration. Wir werden nicht auffliegen. Let's go. So, wir nehmen jetzt den Bohrer, okay? Ja. Wir gehen rein. Erstmal unauffällig, okay? Erstmal unauffällig. Passt auf die Kameras auf und so. Ey, was mit dir? Bist du auch deutsch oder was? Ey, Black ist schon drin, Alter. Nimm jetzt die Chester, Alter. Let's go. Ey, der war getötet. Darf er das? Darf er das? Alter, Black, ist das dein Ernst? Kamera ist aus. Der hat Kamera ausgemacht. Übrigens, Black hat alles erledigt. Mit Black sollen wir die Masken runterziehen. Okay, okay, Masken an. Masken an, Moment. Wir machen ruhig, oder? Warum kannst du mir die Maske nicht runterziehen? Warte mal, wenn du was... Ich seh halt nix. Du hast... Okay, Black, ich hab meine Maske runtergezogen. Wir gehen rein. Das ist doch eine Wache. Okay, wir haben keinen Schaltdämpfer, ne? Ich aber. Okay, das Schaltdämpfer, du kläst das dann. Black, wir haben eine ledigt. Okay, Hände hoch. Hände hoch. Das ist für ein Überfall. Das ist für ein Überfall oder so. Ich bring die Buller weg. Der wollte abbauen, der wollte abbauen. Hände hoch. Ramm rein. Das war so, ich hab's da. Alle runter mit euch. Oh, die Bullen sind da. Oh, nee, ey. Das ist ein Überfall. Ich hab ein paar Bullen getötet. Da kommen noch mehr, Alter. Das sind mehrere Bullen. Ich geh aufs Dach. Ey, auf dem Dach ist einfach eine Leiche. Oh mein Gott. Die Sache spürt sich zu. Überhalb im Kopf. Oh mein Gott. Wie viele Cops hier sind. Schieß raus. Töte die Geisel. Auf Dach. Auf Dach sind Cops. Oh, der Tür auch. Alter, der stirbt nicht. So, ich hab ihn. Hilfe. Ah, hier drin. Hier sind viele viele Cops. Ich brauch Schilde. Ah, nee, falsches Spiel, Digger. Ja, das kann ich auf Tüte, mein Freund. So, 150 Kunden. Oh, Schatten, Jungs. Zwei Minuten fast. Hier sind so viele, Alter. 5 Sekunden, okay. Oh mein Gott, es gibt noch eine Tür. Ey, jemand kommt von den Tiger rein. Hab ihn. Trafen Gegner. Ey, die Cops sind drin. Oh, scheiße. Oh mein Gott, wie viele hier sind. Aktiviere, äh, sichert das Geld. Okay, sichert das Geld. So, ey, es ist schwer, ey, du. Flugwagen da vorne. Komm mit, Alter. Jetzt werden wir erstmal die Fortnite-Skins gekauft. Richtig, du Fortnite reinbuttern, Alter. Ich hab dich abwerfen. So, 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 sind wir fertig, sind wir fertig. Okay, wir haben ab. Schnell. Ich muss kurz die Maske wieder runterziehen. Oh. Oh. Wir queschen, oder was? Wir haben Fußball gebaut. Let's go. Oh, wie viel geil, die hier sind. Okay, jetzt aber, kommt's drin. Hallo, runter. Die Cops sind da. Der pisst euch. Weg von mir. Ich will nicht ins Knast, Alter. Oh mein Gott, da kommt eine ganze Armee. Wo? Bei mir. Scheiße. Cheese, das sind so viele. Ich mach Unterstützung hier. Ich komme. Ey, aus dem Weg, oder? Noch 30 Sekunden. 30 Sekunden. Jungs, haltet durch. Ah. Wir müssen aber schnell los. Ich komme, ich komme, ich komme. Das geht, das geht, das geht. Die schießen alle. Komm nicht ran. Digga, verbisst euch. Let's go. Alter, wie viel die hier sind. Ich bin in A. Ich bin in A. Okay, ein Sack ist drin. Wo ist das Auto? Geh, bei mir. Ich bin echt da. Komm, komm hier rein, Alter. Ich geh zurück, der Guck. Schieß. Ich geh mit der Guck. Na, lauf. Geh rechts rein. Ah, ich bin da. Aber pronto. Let's go, Hau, 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 Hau. Das war eine sehr gute Mission hier. Wir sind doch hier. Profi, war Großräuber hier, du. Ja, also man hat fast kaum gemerkt, dass wir da waren. Alle Vitrinnen dort drin sind mit einem Alarm verbunden. Man schaltet den Alarm ab und stellt den Schmuck. Der Fluchtwache ist wenig nervös. Also bewahrt Ruhe und geht überlegt vor. Nimmt alles mit, los geht's. Schleichen ist möglich. Okay, wir machen das mit Schleichen, okay? Okay, also wir müssen die Vitrinen, bevor wir die eröffnen, den Alarm deaktivieren und dann kommen die Clown, ne? Ja, ja, ja. So, wir sind jetzt vor dem Juweliergeschäft. Jo, Phil, die war mir geliehen. Ich bin bereit, ja. Ich bin auch, äh, passt angezogen. Wie bist du angezogen, Alter? Noch auffälliger geht's nicht. Ja, wir haben Weihnachten. Ich bin iced out. Deine Augen sind wenig rot, Alter. Was hast du da rum? Ist ja auch egal. So. Weihnachten. So, hören wir jetzt zu. Ja. Wir müssen uns konzentrieren. Da drin sind Diamanten. Und die sind alle mit Alarm beschützt, ne? Okay. Wir müssen erst den Alarm ausschalten. Ja. Und dann... Ja. Wenn wir... Na, mehr zu jetzt hier, Mann. Ja. Und dann werden wir alles ausrauben, ohne dass die Cops kommen. Okay? Ja. Unauffällig. Hallo. Boah, das ist ein Rolex, Alter. Haben Sie auch eine iced out Louis Vuitton? Boah, ich muss auch irgendwie kacken jetzt, ne? Gibt's den Toiletten oder so irgendwo hier? Ja, ich muss auch zufällig mit. Ich bin Sammle-Gleiter, ne? Pst, pst. Na, sorry. Ja. Okay. Hast du einen Schalter einfach dabei? Ja. Wir müssen... Ups. Hallo, wer muss verlaufen? Lötet den! Maske! Ich kann meine Waffe nicht ziehen! Ich kann meine Waffe nicht ziehen! Ich kann meine Waffe nicht ziehen! Was hast du getan? Weiß nicht, Gerd. Er hat Waffe gezogen. Ich bin am Arsch! Gib ihn! Okay. Einfach klauen jetzt. Hände hoch! Das Lübefaller! Ich bin nicht getötet! Hände hoch! Runter mit dir! Klaut alles! Klaut alles! Bin dabei! Bevor du kommst, komm! Ich muss mal leiser machen! Boah, ich nehm hier alles mit, ne? Nimm alles mit! Bin dabei, bin dabei! Oh, Goldketten! Nimm alles hier! Da will ich eine Geisel abhauen! Scheiß drauf! Gib mir Deckung hier! Ich stehe selber Deckung! Ich bin am Klauen! Klauen doch hier! Hier ist doch überall was! Ja, nimm alles mit, Alter! Bin dabei! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Okay. Boah, Alter, die ganzen Fortnite-Skits werden so gekauft, ey! Okay, wo ist der Fluchtwagen? Ich habe keine Ahnung, hier sind doch voll viele. Das klauen wir alles mit, Alter! So, haben wir alles! Boah! Okay. Kommt! Kreppel! Tschüss! Ich versuche, das Schloss zu knacken! Gib mir Deckung! Hey, gib mir doch Deckung! Jetzt wird auf mich geschossen! Ich komme! Sonny, gib mir doch! Meine Augen! Was war das? Keine Ahnung, was? Alter, ein Geist! Was? Besehlich! Da hast du den Kopf durchgegangen! Granate! Jetzt gib doch Deckung, Alter! Ich bin dabei! Ich stehe genau hinter dir! Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit hier, ne? Hello there! Ey, hier drin! Okay, ich höre denn ihn! Ey, was machen wir denn hier? Kommt einer rein! Ich weiß nicht! Ich bin da reingekommen! Ich bin da reingekommen! Oh mein Gott, guck mal hier rechts um Ecke, Digga! Was ist los? Bei mir hier, guck mal rechts um Ecke hier draußen! Oh! Oh! Der Rast! Scheiße! Wir brauchen Verstärkung! Oh, hier kann man ja auch mitnehmen! Das ist die zweite Etage! Der ist doch hier oben sicher, oder nicht? Ich glaube, da unten liegt noch Schmuck, deswegen! Ne, da hast du mich sichert, den Weg mit dem Flur, Digga! Und hier ist auch so den Eingang! Hä, was ist denn jetzt los? I need bullets! Da, 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 ey! Nimm die Taschen mit! Ja, da vorne, guck da! Wir müssen das ins Auto bringen! Jetzt, jetzt, okay! Kommt her, kommt einer her! Schieß die Cops nieder! Oh mein Gott, das sind echt so viele, ne? Okay, eine Tasche ist gesichert! Schieß sie nieder hier! Nein, wir haben nur zwei Taschen! Ja, komm jetzt auch! Wirf die Tasche rein! Cylon! Hier sind noch mal Sachen in, in, in... Wirf die Tasche rein! Also, das, die hätte wohl einen Sprachfehler! Ja, 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 ja! Jo, nimmt alles mit, Alter! Oh, Beutel, gesichert 25.000! Klaut alles! Er ist durchsachen! Okay! Oh! Wissen abhauen! Ah, mein Haus! Wissen abhauen! Was ist hier? Ich hab doch keiner verkoben, der Wissen abhauen! Was ist passiert? Ich hör nichts mehr! Fuck! Ah! Nein! Ich mach nichts mehr! Komm mal! Du musst einfach nachladen, Ruhe! Ich wurde umzickelt! Geil, schau mich! Ich fäll! Ich hab dich! Schnell! Ja, ich bin dabei! Beweg dein Arsch auf, Alter! Rückzug! Rückzug! Zurück! Okay! Vorne, vorne! Geil! Wir haben's geschafft! Ja, geil! Hat Spaß gemacht! Ja, aber nicht schlecht, ne? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Haut rein! Tschüss! Ciao, Alter! 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 Ciao, Alter!